Ich erinnere, als Leandro erzählte, wie er Tamara kennenlernte. Sie haben sich in der spanischen Mission zur Weltmeisterschaft kennengelernt. Tagelang schwärmte er von ihrem Augenglanz und ihrer sensiblen Schönheit. Liebe Tamara, du bist ohne Zweifel die richtige Frau für diesen richtigen Mann, der unseren Sohn ist. Oft spüre ich, dass er eine Frau geworden hat und ich eine dritte Tochter. Mein Gefühl sagt mir, dass eure Herzen die gleiche Melodie singen. Ihr seid schlicht und einfach füreinander gemacht. Ich nehme dich an als meine Frau. Frau, ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. In guten wie auch in bösen Tagen, in Gesundheit und wie in Krankheit. Bis dass der Tod uns scheidet. Trage diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Leandro, ich nehme dich als meinen Mann. Trage diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR